Musik Dies ist kein Test. Hier spricht das Corona-Notfall-Übertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge der Säuberung, die offiziell von der deutschen Regierung zugelassen wurde. Waffen der Klasse 4 und Niedriger sind für den Einsatz erlaubt. Alle anderen Waffen sind nur begrenzt genehmigt. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord für zwölf Stunden erlaubt. Möge Gott mit ihnen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Moin Leute, was geht? Heute mal wieder ein kleines Video von mir. Und zwar, wie ihr schon im Titel sehen könnt, mache ich hier ein kleines Nerd-Pick mit dem Thema The Purge. Ich möchte auch gar nicht so lange rumschnacken. Ich zeige euch direkt, was ich hier alles gemacht habe. Vielen Dank auch schon mal an das ganze Team, was richtig toll mitgemacht hat. Und ja, ich würde sagen, starten wir einfach mal mit dem Video. Ich bin jetzt ein kleines Video. Ja, 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 ja. Das war jetzt die zweite Szene, wir werden jetzt direkt hier ins Shooting übergehen, die drei sind hier schon vorbereitet, der Wagen ist schon voll beleuchtet und ich würde sagen, wir starten einfach, es ist jetzt gerade 0 Uhr, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Stellt euch alle schon mal auf. Könntest du bitte mein Gesicht knicken, wenn die Maske knickt auch ist? Okay, let's get close. Genau so. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, Meister Yoda Lass uns bitte da nochmal hin, wo wir vorhin mit dir waren Das sieht eigentlich voll krass aus Da müssen wir so ein Star Wars Bild machen Von Jascha Ja, Meister Yoda Brot, Zeiger, Brot ist nicht Yoda So ist gut Jetzt viel Licht Einfach nur die Wand anstrengen So Jo Versuch mal einen Schwenk zu machen Jetzt, komm mal mit zu mir Warte mal so ein bisschen Oha Oha Wir machen das nochmal Dann mach ich so ein Giff Machen wir liegen gestütze 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 Machen wir liegen Das ist mir比如 mal Sauerstoff Ja, Säsen Hau Ich brauche mit dem Zug und schon mit deiner Kette runter. Neuer Anspruch an weniger. So, wir haben jetzt hier die Fotos fertig. Jetzt würden wir noch eine Szene hier drehen und dann sind wir gleich durch. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich danke euch allen. Ich werde es hier alle verlinken, die tollen Models hier. Dann haben wir hier noch mal einen ganz tollen Helfer hier links. Sergio Ramos. Soll ich mich auch noch anders spritzen? Hehehehehe. Und natürlich den Jascha. Willst du euch auch noch mal gleich zeigen? Ja. So. Sie muss aber ganz weit. Ich hoffe natürlich, dass euch diese ganzen Bilder gefallen haben. Wir gehen jetzt nochmal in die letzte Szene. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.